So auf geht es, auf geht es und weiter geht die Reise in der Kompole der erstgeborenen Attacke. Ich spüre einen kalten Wind in meinen Knochen. Die Gegend sieht schon übel aus. Ihr seid der letzte Besucher meines Sanktums, auch wenn ihr zu spät kommt, genau wie Lilith vor euch. Denn es war mein Vater Inarius, der zuerst hier ankam. Alles geschah wie meine Visionen es prophezeiten. Wie schnell wir uns dem Ende der Prophezeiung nähern. Okay, gehen wir weiter. Okay. Alter. Oh, ich mach mal so. Keine Chance, er ging mir einen super Move. Ich bin auch nicht immer hier. Zauerstab ist nichts für uns. Wir sind Berserker. Es begann in Träumen. Ich sah zerrüttete Bilder vom Ende Sanktuarius. Die Schuppen einer großen Schlange trugen diese Vision. Und so suchte ich sie auf. Meine Gedanken und die der Schlange trafen aufeinander und die zersplitterte Zukunft wurde zusammengefügt. Ich ordnete sie und die Prophezeiung ward geboren. Zentrale Kammer. Ich muss die Tumore zerstören, um weiterzukommen. Ich zeige nicht nur so. Ich brauche mich aber zuerst. Ich be zeige nicht nur so. Ich brauche sie mit ihren Spindern. Ich brauche nicht! Ich frage mich... ...mich zuerst das. Ich versuche sie zuerst. Ich brauche mich zuerst 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 zuerst. Wenn sie zuerst zuerst sind. Aber irgendwie toerst zuerst sind, Wo geht es die Schwistern? Oh, 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 oh. Nehmen wir den hier. Da gibt es noch einen irgendwo hier links. Ne, hier in der Ecke. Da gibt es noch einen. Da gibt es noch einen. Da muss es weiter gehen. Da gibt es noch einen. Hey, wir kommen nicht durch. Wir kriegen so eine gute Mischung. Wirbelsturm. Und die ganzen anderen Attacken. Ich muss warten. Ich muss warten. Das ist ein ganz kleines Vieh. Und das hat noch einen. Was? Klappigkeitstufe 23. Da ist die noch. Es ist auch Platz. Das ist ein kurzer Moment Ruhe, ein Punkt, wo geht der hin, der ist nicht schlecht, der könnte ein bisschen mehr Schaden machen. Die hab ich schon gemacht. Jetzt haben wir das hier freigeschaltet. Das war ja schon. Wenn wir den jetzt noch einen Punkt geben, dann haben wir das freigeschaltet. Genau so war das. Warte mal. Komm mach mal den hier. Mach mal den da. Die Prophezeiung würde zu meiner Bürde. Alter. Es gab andere, die davon wussten. Doch sie konnten das Wesen solcher Dinge nicht verstehen. Ich wusste, dass Inarius eingreifen würde in den Glauben, sie gelte ihm. Er sah sich selbst als Erlöser, der das Herz des Hasses in der Höhne durchbohrt. Okay. Zerstört die Tumor des Hasses und den Weg versperren. Okay. 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 Warte. Warte. Mach ich mal mal so. Genau. Der war gut. Okay. Die Tumor des Hasses. Die Tumor des Hasses. Die Tumor des Hasses. Dahle. Da komm ich auch nicht hin. Lass ich jetzt einmal rum gehen. Ja. Hier waren wir auch noch nicht. Ich muss warten. Ich muss warten. Warte, trink dich ein und nimm das mal. Also versperrte ich die Tormuzerheile. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Inarius herausfinden würde, was ich getan habe und kommen würde, um den Schlüssel einzufordern. Ich bin auch nicht bereit. Rollschwert, das nimm ich mit. Das ist der letzte. Herunterklettern? Oder ist da noch einer? Ah, du weigerst dich, um den Schlüssel zu geben? Du stehst im Weg des Erlösers. Das heilige Blut in deinen Adern sollte kochen. Nichts, das du trugst, kann die Zukunft ändern, die ich gesehen habe. Ich, ich gestalte mein eigenes Schicksal und deine Prophezeiung ist nur ein kleiner Teil davon. Es ist so groß, als dass eine undankbare Ausgeburt, die du, es verstehen könnte. Du musst nur eines verstehen. Sobald ich in der Hölle siegreich war, werden die Hohen Himmel mich willkommen heißen in meiner Heimat. Ich wünschte, das wäre wahr, Vater. Krass, wie die Welt hier aussieht. Da hat er echt gefahren. Verschillend sei dieser Ort. Ich werde verfolgt. Das ist ein Tum des Gleichgewichts. Okay. Was für eine Reise, echt. Okay. Jenseits dieser Kammann fiecht das Ober und Grauer. Ein passendes Grab für euch. Hast du denn so ein bisschen Schaden? Okay, der macht mir mehr Schaden. Okay. Ich muss schlafen. Weiter, weiter. Puh. Was? Sie sind gestorben, ey. Was war das so für einer? Äh, Mäuschen? Der Schlangeneingang. Ich bin noch nicht bereit. Hey, du sollst rüber. Das macht mir ganz wenig Schaden, nicht? Ich muss mal. Okay, warte mal. Oh. 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 Geh doch mal weg. Genau, der eine ist jetzt unser Kumpel. Hä? Sobald der Boden rot wird, bin ich platt. Ich muss sein, diesen Safe. Ich muss mal gucken. Ich muss ein bisschen mehr Taktik, Junge. Ich muss sie raus. Ich muss sie raus. Das war nicht gut. Die war uns da. Nein, nein, nein. Weg, 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 da. Genau, mehr ausweichen. Was ist das denn für einer jetzt? Ach der, genau. Der macht hier den Schutz, das meinte ich. Krass. Weg, 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 weg. Alter. Die Musik. Ich muss da raus, aus der Suppe. Alter. Was soll ich denn hier so vernünftig kämpfen, bitte? Ich muss warten. Ich muss warten. Ich muss warten. Ich muss warten. Genau in die Suppe rein, Alter. Oh, rein, 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 nein, nein. Das ist ein üblerer Zeitgenosse. Oh, rein, 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 nein, nein. Geh doch mal weg da. Der ist hinter mir her. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ihr seid gestorben, was? Was? Das war besser wie das andere Mal. Das war besser. Was? Was ist das? 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 Wenn du, was es? Ja, ich bin. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin auch nicht bereit Wenig Scharnis ich mich dann mache Kommt der andere Wie soll ich denn angreifen Junge Oh Star Das bringt nicht so viel Nein Ich bin auch nicht bereit Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Oh, stop! Was ist das? Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich bin auch nicht bereit, ich muss hier weg. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich bin auch nicht bereit. Oh, heftig, Alter, heftig! Ich bin auch nicht bereit. Dann ist klar. Ich muss warten. Alter, geht da ab. Alter, geht da ab. Alter, geht da ab. Ah, nicht das. Das auch nicht. Ich muss warten. Ich bin auch nicht bereit. Ich bin auch nicht bereit. Alter, ey. Jeder weg. Der macht die Splatt, Junge. Da ist natürlich so eine Scheiße. Warte. was ist, Koffer 1 zuig. Oh, hey. Nein. Warte, was denn das so? Komm mal her. Geh weg jetzt. Ich bin noch nicht bereit. Aus, aus, aus den Getummel. Ich bin noch nicht bereit. Nein. Geh weg. Ich muss da weg, Junge. Ich habe keine Tränke. Ich habe keine Tränke. Was? Ich bin gestorben. Ich hatte ein Fass gehabt. Junge, ich habe den Fass gehabt. Das ist doch so bescheuert. Die sind bald kaputt. Wir können gegen Schenwein, Schmidt gegen Gold reparieren. Alter, was ist das denn? So übel. Der Dart hat auch nur so wenig gefehlt. No. Attacker. Was macht denn so wenig Schaden? 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 Na ja, tue ich glaube ich direkt da rein. Was macht denn so wenig Schaden? 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 Das gibt's doch alles gar nicht. Was macht denn so wenig Schaden? Was macht denn so wenig Schaden? Was macht denn so wenig Schaden? Ich bin noch nicht bereit. Was macht denn so wenig Schaden? Ich komm da gar nicht dran. Raus, raus der Nummer! Wie willst du das denn schaffen wir halt da nicht? Aber ich hab den Beben für das Körper. Ich bin auch nicht bereit. Ich muss da weg. Auf den Rauf! Und weg da! Ich muss warten. Aus da, Junge! Na mal den Typen! Ich bin auch nicht bereit. Ich bin auch nicht bereit. Ich bin auch nicht bereit. Warte, gleich noch mal den! Alter! Alter! Fuuuuh! Fui! 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 Krass! Krasse Geschichte! Fui! 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 Cooler Boss! Echt! Cooler Boss! Fui! Fui! Wer hat das getan? Ich tat alles, was verlangt wurde. Der Schmerz ist jetzt fort. Eine gerechte Strafe. Ein stärkerer Mann hätte Venards Bestechung abgelehnt. Nerell. Nerell, ist sie in Sicherheit? Ja, sie ist sicher. Unser Treffen ist kein Zufall. Ich bin gekommen, um zu helfen. Übergibt ihr das für mich? Ich hätte es nie nehmen dürfen. Es ist so dunkel. Ich habe Buße getan. Glaubt ihr, es war zu spät? Nein, nicht zu spät. Seht, das Licht ist gekommen. Um euch nach Hause zu tragen, mein Freund. Ja, ja. Jetzt sehe ich es. Sie sind gekommen. Ihr braucht diese Rüstung nicht, um euren Wert zu beweisen. Krasser Shit, Junge. Echt krasser Shit. Alles klar, Pause ist angesagt. War auf jeden Fall ein cooler Bosskampf. Und danke und bis gleich. Ciao, ciao.